Man kann auf TikTok jetzt einen eigenen Avatar erstellen und ich würde sagen, wir machen das jetzt zusammen. Zuerst brauchen wir mal die richtige Hautfarbe. Ich glaube, das passt ganz gut. Augenfarbe muss natürlich grün sein und wir brauchen Lashes. Perfekt, als nächstes Haare und Augenbrauen. Passt das so ungefähr? Es gab leider nichts Besseres. Und zum Schluss noch Lippen, ein bisschen Make-up vielleicht und Sommerspossen und das bin ich. Was meint ihr? Sehe ich wirklich so aus?